äh, äh, hallo leute äh, hallo leute hallo, eigentlich wollten wir jetzt so ne never tour machen bis dahin aufnehmen, weil ich hab keinen bock bis dahin nicht auf, also nicht aufnehmen und dann die never tour aufnehmen, weil ich hab keinen bock, deswegen bauen wir jetzt äh, 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 shit-tür bauen wir jetzt das baumhaus ahnung, oder? der baumhaus ist hier, aber ich will erstmal die Melonen ernten seh ich grad, nein, meine Melonen, geh weg monster sag mal, die wachsen hier auf dem Gras, ne? weil das einmal Gras macht, hast du so ne ho? könnte, aber man kann auch einfach einen noch wegbauen und einen anderen hinpflanzen, warte mal ja, ich hab aber, ich hab nur cobblestone, ne, das ist ja wurscht, ne? ne, weil, guck mal, das Graski hier ist ja noch einer, ich hab grad gar mit dem Finger rauf gezeigt das wird dunkel, oder? what the f... ja, das wird dunkel den mach ich besser so rum, dass der Shit nicht wächst, ne? ich glaub, das ist ne ziemlich gute Idee befein gemacht warte mal what the f... ich glaub, der will mich grad verarschen in dem Dings heißt normalerweise cobblestone pebbles, ne? aber der sagt grad Gravel als pebbles an warte mal warte mal Tatsächlich das ist genau gleich ich hab'n Fehlager von Elabed so, ich geh... den geben wir erstmal pennen und dann der müssen wir, äh, erstmal angucken, wie der Baumhaus aus so, ich hab nämlich keine Ahnung mehr weißt du Alter ich muss mal schnauben so, aber ich hab glas aber ich hab glas da warst du aber ein bisschen langsamer, ne? ja, fuhjuu weißt du weißt du, ey, wir müssen hier noch wie ich lang bauen irgendwie, ne? zum Baumhaus, wenn man da besser hinkommt so, graue Aua Wow, was das denn für ein Baum? Holy Shit, hypon naja das ist ein normaler Baum, der ist klein und dick hehehe ne, jetzt ist das klein und dick nein, der war kein Baum nicht mehr da stimmt, sind ja sowieso, im Dunkel ah shit, ne? wie es das an mir grad auch fällt? Seitdem wir beim letzten Mal gespielt haben, da war ja noch nicht das, dass diese Dschungelbaumholzplanken andersfarbig sind. Ah, stimmt. Ach, fuck. Wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir das nochmal abreißen und mit dem anderen Holz denn machen, oder wie? Wir müssen hier auch noch eine vernünftige Leiter hochbauen. Weil ich hab keine Ahnung mehr, wie wir da hochgekommen sind. Ja, mit diesen Dingern. Ja, nee, da mit Lianen irgendwie, aber wo, ist die Frage. Lianen sind cool. Ja, aber wir müssen eine vernünftige Leiter da hochbauen, damit man da immer hochkommt. Keine Ahnung, Lianen sind cool. Ah, wir sollten vielleicht Betten mitnehmen, dass wir hier bleiben können, oder? Ach, fuck, auf Betten. Können doch da bleiben, dann kämpfen die die Monster mit uns. Und wieso fehlen jetzt hier Blätter? Ah, das bestimmt zurückgegangen. Ja, wie wollen wir jetzt machen? Wollen wir das Holz hier abreißen und das mit den anderen Holz machen, oder? Das ist jetzt erstmal die Frage, ne? Ja, aber jetzt haben wir ja schon einen Boden aus dem Holz. Oder wir müssen uns anderen Wald suchen, normalen. Weil, ich hab' kein Holz mehr. Darunter, wo du Gott bist, noch jeder. Was? Ui, au. Ja, das ist nämlich gerade ein bisschen... Ja, dann müsst ihr mal überlegen. Ja, mach' ich ja grad. Wieso ist hier jetzt noch drin? Wir haben uns kurz rolle lollt. Wieso? Weil wir jetzt zu spielen... Ne, wir haben es noch länger nicht gemacht, das hier. Ach, dann gehen wir jetzt einen anderen Wald suchen und fällen ein paar Bäume auf Vorrat. Und wir müssen das hier mal wieder zumachen mit Blättern und dann eine vernünftige, wirklich vernünftigen Weg aufmachen. Willst du einen Wald? Ich versuch mal noch vier Setzlinge zu kriegen. Au. Warum? Vier Dings-Setzlinge, weil ich hier, wo ich gerade stehe, unbedingt noch so einen großen Baum haben will. Alles klar. Wupp. Auf der Suche nach Heim. Ich hab mal einen anderen Wald gefunden. Wirklich jetzt? Allerdings ist es ja... Normalen Wald, also. Weil Tannenbäume machen. Tannenbäume haben wir auch jetzt andere Trolls. Ne, auf du. Au. Ach. Ich spreche da lang, hör ins Gelände und wird sofort angeschossen. Aha. Höses Haar. Ha, ich habe da noch eine Axt dabei. Ich bin so gut. Aua. Shit, ich kann da nicht oben ran. Du, wo... Hm. Baum, ich baue dich wieder auf für eine kurze Zeit. Und warum habe ich keinen Fisch? Hier sind so viele... Wie heißen die Dinger? Ocelots. Wie heißen die Dinger? So, was musst du wissen als Minecraft Pro, Alex. Ich habe doch Ocelots gesagt. Ja, ja, aber du musstest erst überlegen. Ah, ich muss mich zurückerinnern. Wieso? Hey, ich habe einen Baum gefunden. Cool. Ein Baum, das ist normale. Ne, weißt du, was wir damit machen? Den fällst du ab, nimmst die Setzlinge mit und dann pfatzst mir jetzt in seinen eigenen Wald vom Haus. Da eben. Und wenn du, äh, sind da auch diese Birken irgendwo? Weil daraus könnten wir eine coole Allee zu diesem Baumhaus machen. Weiß? Weißt? Ist nur ein einziger Baum, also ich glaube nicht, dass die Birken sind. Vielleicht. Ein Baum auf einem Berg. Vielleicht. Wer weiß? Wer weiß, wer weiß. Nichts ist doch möglich. Na, ich habe sogar schon Knochen, ey. Und im Skelett gerade eben. Ich habe auch viele Knochen. Im Körper. Ne, das ist direkt, das ist kein Baum. Alter, ich bin confused hier mit dem Ding gerade ein bisschen. Fused and enraged. Ne, noch nicht enraged, nur confused. Ne, das sind noch mehr von diesen Bäumen. Och, die... Warum wir hier in den Alpen, oder was? Wieso lassen die Dinger keine Blätter fallen? Wer Schneegebieten sind weiter rechts nennen, dann hätten wir Alpen. Ja, ich weiß, hier geradeaus sind Schneegebiete. Und daneben ist ein Dschungel, gleich. Hier, ja, ich bin ja da mal gegangen, ungefähr bei der Grenze. Und hier sind überall Berge, weil es so genau daneben ist Schnee. Aber ich brauche vier Setzlinge, gebt mir vier Setzlinge-Bäume. Mehr will ich gar nicht. Versuch sich zu motivieren. So geht eigentlich meine Musik hier gerade nicht. Ach, ich schon, ne, morgen her. Geben wir sie einfach, das funktioniert immer. Scheißbaum los. Und ihm reden, man muss ihm Atmosphäre geben. Warum nicht? Weil ich es nicht möchte. Bis selbst den Baum verdammt. Hey, ich habe sogar Wort. Ich nehme das mal mit. Hey, ich habe Setzlinge. Mich auch. Genau. Gerade von dem Baum, den wir brauchen. Weil ich hier diese Büsche abhaue. Weil ich gerade hoch musste. Und der hat keinen Setzling fallen gelassen, wenn wir mich verarschen. Diese Null-Setzling-Politik, ja, die geht mir voll am Arsch. Ah, da. Ich habe einen. Jetzt fehlt ihm bloß noch drei. Go, Baum. Go, Baum. Du schaffst es. Vielleicht. Don't catch them all. Jetzt fahre ich doch wieder hin und fange die ganzen Dinger. Ich warte, bis sie auf dem Boden sind. Und ich weiß, du meinst Pokémon. Aber ich wollte ganz gefiest, ganz gefiest, ja, ich wollte ganz fiest sein und abdenken. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aber der ist schlau, das weiß ich ganz genau. Okay, jetzt versprachlos, ne? Oh, shit, leck. Jetzt nicht mehr. Hier sind... um was ist es nicht auch so weiter wirklich ich habe zwei bäume gefällt ein setzling gekriegt ich habe mehr gefällt aber die sind noch nicht abgefällt die blätter es ist auch so ab ja und du 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 baum du komm ich hier hoch nie dann zur anderen seite halt da kommen jetzt allo mucose für mich der ich habe mir alle ganz bald hier der will ja verarschen ich bin von dem bau ich glaube es ganz war das nicht mag ich nicht mehr geht aber weissen kann ich dir so schädig muss werden so reicht eine melone auch wenn ich mich ein Apfel hat er kann ich habe ich die Auswahl an Obst bin ich voll alles klar ich habe die Auswahl an Obst zum glück habe ich die Auswahl an Obst ja so habe ich genau ohne irgendwas zu verschwenden genau mein Leben vollgekriegt also diese zungerbalken lebensding ein das gelettet ich komme ich habe mich wieso wie bist du vom skelett getroffen wie bist du vom skelett getroffen hey da ist ein Hund er hat mich getroffen ich habe Knochen hier ist dunkel auf du weißt du dunkel ist auf du dunkel ist auf du aber und hör auf im baum rum zu spazieren aber mehr Hund ha der mag mich ich habe einen Köter du hast ein Problem da sind Schafe ich mache uns Schaf Wolle ab und dann können wir folgt mir du ey hier sind kühler ich kann dann aus dem kühlen Wolle machen nee aber ich mache uns denn damit äh betten dass wir da oben pennen können auf dem Baumhaus ha hast du Fackel da fällt mir gerade ein sonst spawnt da der ganze Müll um uns herum was ja wir brauchen nämlich Fackeln sonst spawnt der Müll um uns herum weil da komplett dunkel ist so ich habe sieben Wolle müsste reichen glaub ich weiß du bist das ein Schafer aber du bist nicht so komisch das Schafer hat wieder Wolle ich schere nicht gleich nochmal das Vieh ich auch das Vieh ich auch da oben wir setzen der Hund wo ist der what the fuck ne ich dachte der Hund ist grad random verschwunden also ich teleportierter aber der war bloß in so einer Ecke mal den Hund zu scheren nein doch was passiert nein ich schere doch nicht meinen Hund warum nicht weil ich nicht will so eine Frisur oder so weißt du wie scheiße das an den Hunden ausschaut Alter wenn du so einen Hund frisierst ja der musst du nicht komplexer aber komm und da wie meine Tante wow wirklich ey wir sollten zum Dingsen gehen oder es wird dunkel man ich habe keine Lust meinen Hund zu verlieren sollten ey ich habe zwei Setzlinge einen ganzen Tag voller Suche und zwei Setzlinge gefunden und hier das ich habe vier